Zu meinem Merchandise Shop, das habe ich schon mal erwähnt, vielleicht war es im letzten Part, ich weiß nicht wie ich das jetzt aufteile, sind das jetzt schon zwei Parts, klingt logisch, dass das zwei Parts sind, da habe ich auch schon mal erwähnt, dass es ein Johnny Merch sozusagen gibt, mit zwei anderen ist er noch mit drauf, mit meinen drei Maskottchen, Lea, das Mauti ist da noch mit drauf und Batman, zusammen mit Johnny sind meine drei Maskottchen, Lea, das unsterbliche Mauti, dürftet ihr in Pokémon Sonne kennenlernen, Johnny, ja, ihr habt ihr ihn vor eurer Schnauze und Batman, das ist ein altes Maskottchen, das ich schon zu Beginn meines YouTube-Kanal und nicht weggegeben habe, also ein interessantes Merch, zumindest ein interessantes Bild als Design, vielleicht werde ich noch jemanden dazu kriegen, mir einen hinzu kreieren, ich habe dich gar nicht gerufen, Johnny, du kannst frei rumlaufen, wie du willst, nein, nicht aufs Sofa, Johnny, 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 Johnny nicht aufs Sofa, Johnny, Johnny, Ach, weißt du was, bleib drauf sitzen, jetzt doch nicht, mach was du willst, solange du es nicht zerstörst, und wenn ihr Spaß und Langeweile habt, könnt ihr mir auch natürlich gerne eure Designs einschicken, ich finde es einen ganz interessanten Zeitvertreib, mir da Sachen zu designen, und, ja, das Johnny, Lea, Batman-Design, das finde ich jetzt auch nicht so übel, Ja, soviel dazu, Um deinem Hund Platz beizubringen, brauchen wir ein Leckerli, Kekse und andere Leckerlis sind beim Tierbedarf erhältlich, bringe deinem Hund zuerst dazu, sich zu setzen, Halt nun ein Leckerli vor seine Pfoten, wenn du es dann hin und her bewegst, und was dann, nimmt er Platz, probiere es mal Leckerli, mal sehen, ob Bark da etwas hat, Leckerli, 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 Wow, das sieht ganz danach aus, gleich mal drei von gekauft, probieren wir das mal aus, Johnny, Johnny, ich hab Kekse für dich, Johnny, 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 komm her, Johnny, Ja, brav, so, ich hab den Keks für dich, Achso, erst mal Sitz machen, Sitz, Sitz, Johnny, Sitz, kannst dich jetzt nicht mehr konzentrieren, Johnny, 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 Sitz, mach Sitz, mach Sitz, Braves Hündchen, so, Sitz, Sitz, mach Sitz, Sitz, Johnny, Sitz, 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 So, und Johnny, Johnny, Sitz, 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 So geht das nicht, Johnny, non, nein, 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 não, Nein, 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 Johnny, sitz, 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 mach sitz, 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 runter mit dir, sitz, sitz, also jetzt kriegst du hier, da steht der immer wieder auf, sitz, Johnny, sitz, 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 mach sitz. Viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Na komm, kriegst du doch hin. Ja, Anni ist Hopfen und Weiß verloren. Hat wohl schon zu viele Tricks, ja, es hieß eigentlich drei Tricks am Tag, aber, ja gut, ähm, reicht wohl für ihn erstmal, Fühlchen gelernt zu haben. Joa, was machen wir denn mit dir, wenn du keinen Tricks mehr lernen willst, Johnny? Du rennst hier im Haus vorbei und machst die Leute schwindelig. Na, es ist in Ordnung mit dir. Gusswurfen üben hier im Haus. Solange ich keine Scheibe, Scherbe erwische, äh, Quatsch, keine Vase erwische und die runterwerfe. Johnny, herkommen ganz schnell. Beim Pokal müssen wir das schnell machen. Johnny, gib her. Hier, hol, fang, bevor es den Boden berührt. Da muss man wirklich noch ein bisschen lernen. Johnny, Johnny, gib, gib. Meins. Ja, her damit. Fang, 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 fang Johnny. Juck die nicht. Sitzt er sich einfach hin und kratzt dich. Juck den scheinbar doch. Ähm. Nichts da mit Discos werfen. Na ja, na ja, na ja. Ja, du withholden was gradu Nevertheless Und ich bin Im 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 Untertitelung des ZDF, 2020